Und dass es eigentlich bis gestern am Abend der Kampf war, seit Freitagabend, Freitagmorgen. Und bei dem 20. so weit hat der Ming gesehen, der ist immer 10 Tage drüber. Und den Ufa, den hat sie halt Medikamente gehört, aber Mutter und Mutter ist nicht aufgegangen. Ja, und den gestern, da sieht man, Wehentropf, genau. Und den ist eigentlich immer übers Angegangen, die letzten zwei Stunden eigentlich. Großes Baby, ja. Großes Baby, ja. Vier Kilo, oder was hat sie? Vier Kilo. Vier Kilo 20, ja. Oh, vier und fünf, danke. Und genau jetzt etwa zwölf Uhr. Sechs, ja, genau. Eben lachen wir so. Das ist das, was ich. Verhammer. Zum Schluss haben wir es lustig gehabt im Kreis selber. Ja. Der Arztin und Käfer war witzig sein. Okay. Das ist egal, du kannst einen Platzkonzert veranstalten. Der schläft weiter. Der kommt dir nicht noch nach, der Mama lässt sich da. Ja. Gut. Sehr gut. Gut.